Ich freue mich, dass ihr eingeschaut habt hier zum heutigen Video. Heute gibt es ein besonderes Video, denn ich werde heute gemeinsam mit einem Kumpel nach Nürnberg fahren und ich werde dort einen Kollegen besuchen, nämlich den Thailan. Und Thailan ist zweiter Bundesliga-Profi bei Nürnberg. Ich kenne ihn durch Dortmund, also er war damals mein Nachbar hier und ist dann wirklicherweise zum FC Nürnberg gewechselt und spielt dort aktuell echt eine gute Saison. Hat jetzt schon ein paar Einsätze gehabt, ich freue mich extrem bei ihm zu sein. Wir werden heute Abend ein Interview drehen und morgen ins Stadion gehen. Ich denke mal, ich werde nur heute filmen, also den ganzen Tag heute so ein bisschen Behind-the-Scenes vom Interview und morgen werde ich sogar noch mal einen Stadion-Blog machen. Ich habe extrem Bock. Gestern war ich sogar auch im Stadion und ich war gegen VfL Bochum und Gladbach im Stadion. Spielerbruch nach, glaube ich, 69 Minuten, weil der Linienrichter Becher gegen Kopf bekommen hat. Naja, will ich gar nicht mehr darauf eingehen. Ich habe Bock, ich nehme euch jetzt mit, wir fangen jetzt an. Los geht's! Jo, hier könnt ihr es doch mal sehen, Bochum-Schal von gestern und irgendwie absolut nicht aufgeräumt. Ich sage euch, eine schwarze Küche ist geil, aber man sieht halt jeden Fettfleck, ne? Muss ich auf jeden Fall mal putzen. Ich habe hier schon Outfits rausgesucht für morgen, für das Stadion. Meine Tasche, Rucksack, hier habe ich ein paar Sachen drin. Ey, und übrigens gestern ist meine Krypto.com-Kreditkarte angekommen. Will ich gar nicht darauf eingehen, vielleicht kennt ihr eine oder andere OG. Die Karte ist auf jeden Fall richtig nice, da gibt es nämlich Cashback. Und das ist das Outfit of the Day. Ich habe so ein schwarzes Lift-Faster-Young-Shirt, das ist eine Madison-Hoot von Gianni. Und hier diese Puma-Schuhe, mit denen habe ich eine Kooperation, ey, richtig, richtig geil. Muss ich kurz einmal zeigen, ich habe den sogar noch in weiß zugeschickt bekommen, weil ich nachgefragt hatte, weil ich finde den Schuh so geil. Und für 90 Euro ist das eine mega Alternative hier zu dem Air Force, den aktuell jeder trägt. Ach ja, genau, ne? Und übrigens, ja, ich war heute das erste Mal wieder nach fünf Wochen trainieren. Ich war sehr lange in Corona und, ja, ich bin fett geworden, Leute. Ich wege 92 Kilo. Vor Corona wog ich, wog ich, wog ich 85 Kilo. Jetzt grabe ich wieder voll an. Ich hoffe, ich werde auch ein bisschen was auf YouTube dokumentieren. Sonst auf Instagram, folgt mir gerne auf Instagram. Ich hole jetzt den Max ab. Oder nee, wir gehen erst in den Rewe, glaube ich, ne? Ja, wir gehen erst in den Rewe, bis gleich. So, ich war jetzt schon im Rewe, habe mir einen Ingwer-Shot geholt. Ich weiß auch nicht, habe ich mal gehört, die sollen gesund sein. Deswegen dachte ich, ich komme, nehme ich mir mit. Ein Wasser für die Farbe, habe aber auch mal eine Air-Up-Flasche dabei. Dann kann ich euch empfehlen, sind 40 Gramm Protein drin. Ich muss ja jetzt endlich mal wieder auf die Ernährung achten und ein Eiweißwiegel. Mehr werde ich bis heute Abend nicht essen und ich hoffe, dann gehen wir irgendwo geil essen, wo ich auch noch mitnehmen kann. Und ich bin echt gespannt. Ich habe Thailand jetzt echt lange nicht gesehen, bestimmt ein halbes Jahr oder ein Jahr nicht. Vielleicht hat er auch so eine Trikotsange. Ich bin so ein richtiger Fan von so in diesen Match-Worn-Trikots, also die getragen wurden im Spiel. Vielleicht hat er mit irgendwelchen krassen Leuten schon getauscht. Bin ich gespannt und wehe Thailand, du gibst mir morgen nicht. Dann krieg ich mich echt sauer im Stadion-Log. Den seht ihr auf jeden Fall auch auf dem Kanal. Aber komm, ich fahre jetzt los. Ich hol jetzt den Max ab. Let's go. Ja, Freunde, wir sind jetzt gerade eingekommen, beziehungsweise sind wir schon fertig mit den Interviews. War das für dich damals absehbar, als du bei Fortuna schon die ganzen Jugendabteilungen durchgelaufen hast, dass du jetzt profi wirst? Oder kann man das gar nicht verallgemein alles sagen? Boah, das ist eine gute Frage. Absehbar war es nicht. Ich bin durch, ich sehe es noch im Hintergrund, haben wir alles jetzt hier noch aufgehört. Von unserem Setup eine bisschen bessere Qualität als zum Beispiel die Handyqualität. Hier, Man of the Match, der B-Pokal. Sag mal ganz kurz, wie war es für dich damals? Was heißt damals, so lange ist es gar nicht her, ne? Ja, so lange ist es nicht her. Ja, schöner Moment. Ich glaube, ich wurde eingewechselt, sofort das Tor gemacht, das entscheidende Tor gemacht. Ja, aber auf jeden Fall ein schöner Moment. Geil. Und hat da sicher schon so ein schönes Setup auch, aber guck mal her, Max, kann ich das mal kurz zeigen. Da steht das Ding hier, schüttet einmal hier hin. Und zwar so ein paar Bücher hast du hier sogar noch, ne? Ja. Football, Leaks, Biografie, Cristiano, Nadal. Oh, gutes Buch. Das ist ja fair und alle in der Welt. So ein bisschen Mindset. So ein bisschen Mindset. Ja, ein bisschen Mindset. Ja, stark. Bist du ein Idol von dir oder was? Ja, in der größten Künstlerer. Kannst du den Moonwalk? Ach, kann ich nicht, ne. Wenn ihr aufsteigt, machst du den Moonwalk. Wenn wir aufsteigen. Okay? Wir haben es auf Video. Ja, Leute, aber ich bin jetzt ein bisschen überwichtig jetzt hier. Ich danke euch. Bzw. ich danke nicht euch, sondern ich danke Thailand, dass wir jetzt hier sein durften. Gerne. Wir werden gleich noch was essen gehen, ich werde euch dann mitnehmen. Und morgen gibt es dann den Stadion-Blog. Ja, und ich würde sagen, macht hier eine gute Vorbereitung heute noch, ne? Man zieht durch und ich hoffe, dass du morgen griffst und dir gewinnt. Das habe ich ja sehr gerne gemacht. So, Leute, wir waren jetzt beim Thailand. Ich muss ehrlich sagen, es hat so viel Spaß gemacht. Und Grüße gehen raus und machen dich. Ja, wirklich ein feiner Kerl auf einer Homo-Basis. Ich kann mich wirklich noch ganz genau an dieses Gespräch bei mir am Phoenixsee erinnern. Er war ja mein Nachbar, deswegen kennen wir uns. Aber das werdet ihr alles in den Interviews dann ja noch erfahren. Da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Denn ich muss aber wirklich sagen, ich mag sein Mindset, seine Attitude, sein Wille. Er hat gesagt, zwar in den Interviews, er hat noch nichts erreicht. Was meiner Meinung nach ein bisschen Quatsch ist. Er kann echt stolz sein, da, wo er jetzt ist. Aber er ist nicht so ein abgehobener Spaß, wie viele wahrscheinlich in seiner Position auch sind. Ich kenne den einen oder anderen auch, der so etwas Ähnliches macht. Oder der vielleicht in anderen Bereichen erfolgreich ist. Jetzt nicht als Fußballer, aber vielleicht woanders. Und denkt, der wäre hier ganz, ganz oben. Und ich finde, das ist immer so, ja, keine Ahnung. Ich finde, man muss immer humble sein. Man muss immer versuchen, seine Ziele zu verfolgen. Und nie satt sein. Man muss immer hungrig sein. Und ich finde, das hat man bei ihm extrem gemerkt, oder? Auf jeden Fall. Sieht man nicht immer, wie weiß ich es gibt? Ich weiß es auch nicht. Scheiß drauf. Auf jeden Fall war einfach geil, ne? Also ich freue mich jetzt wirklich auf den Tag morgen im Stadion. Ich drücke ihm die Daumen. Ich würde mich so freuen, wenn er ein Tor schießt. Oh mein Gott, das wäre einfach mega. Ich drücke ihm wirklich die Daumen. Er wird seinen Weg gehen, da bin ich mir sicher. Wir sind jetzt kurz kennengelernt. Meinst du, der hat noch eine gute Karriere vor sich? 24 ist er jetzt, ne? Ich denke mal. Also hat sich auf jeden Fall danach angehört. Ich glaube auch, er hat Bock. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal erst essen, oder? So einen Burger oder so? Finde gut. Ja, noch nichts gegessen. Let's go. Ich bin heute in den Füßen von auswärts, meine Gäste. Bitte. Hi. Mach was, mach was Gutes raus, komm. Super. Schön. Ja.